Was haben wir heute mit Ihnen vor? Zunächst einmal möchte ich kurz vorstellen, auf welche Studie wir uns hier beziehen. Und nach einem generellen Überblick zur Wahrnehmung des Sommersemesters möchten wir Sie gerne einladen, Einschätzungen abzugeben. Wir haben hierzu eine Frage vorbereitet, die wir Ihnen dann an dieser Stelle nochmal genauer erläutern werden. Wie Sie teilnehmen können. Und natürlich möchten wir Ihnen dann die positiven und kritischen Rückmeldungen zur virtuellen Lehre darstellen. Über eine Zusammenfassung kommen wir dann hoffentlich gemeinsam in eine schöne Diskussion. Die Studie, worauf bezieht sich unser Vortrag heute? Im August, September fand diesen Jahres eine Online-Befragung der Studierenden und Lehrenden an der Goethe-Universität statt, zum Sommersemester 2020, die den Schwerpunkt Studium und Lehre hatte. Insgesamt waren wir mit dem Rücklauf und auch mit der Repräsentativität sehr zufrieden. Natürlich sind die Ergebnisse repräsentativ für beide Zielgruppen, für die Goethe-Universität, die aber eine der größten deutschen Volluniversitäten ist. Die Befragung selbst ist Teil der modifizierten Evaluation des Sommersemesters, die noch eine weitere Befragung vorsieht und auch Auswertung zur Lehrveranstaltungsevaluation und weiteren Datenquellen. Entwickelt wurde das Konzept gemeinsam mit universitätsweiten Einrichtungen und insbesondere beteiligt waren Studium Digitale und das Interdisziplinär-Kolleg-Hochschuldidaktik unserer Universität. Jetzt möchte ich Ihnen aber erstmal einen generellen Überblick zur Wahrnehmung des Sommersemesters hier darstellen. Und wir haben die Rückmeldung erhalten, dass ein Großteil der Studierenden und Lehrenden mit der virtuellen Lehre zufrieden war. Bei den Lehrenden ist der Anteil um 77 Prozent, die sagten, dass sie mindestens eher zufrieden waren. Bei den Studierenden 64 Prozent und hier wird auch schon die Differenz deutlich zwischen beiden Gruppen. Bei den Herausforderungen haben wir herausgefunden, dass ein Großteil der Studierenden, aber auch der Lehrenden sich diesen gewachsen sah. Auch hier wird wieder der Unterschied klar, dass 86 Prozent der Lehrenden der Meinung sind, dass sie die virtuellen Lehrformate gut bewältigen konnten. Bei den Studierenden sind es aber auch 67 Prozent, die glauben, dass sie die Herausforderungen und Aufgaben des Sommersemesters gut bewältigen konnten. Hier wird ganz deutlich, dass aber auch eben 33 Prozent diesen nicht zustimmten, also nicht der Meinung waren, dass sie die Herausforderungen gut bewältigen konnten. Jana, darf ich dich noch? Danke. Insgesamt, also die Studierenden waren dieses Sommersemester belasteter als in sonstigen Semestern und das beruht sowohl auf Einschätzung der Lehrenden, aber auch der Studierenden, die jeweils zum großen Teil diesen zustimmen. Und ganz klar und deutlich wurde aus unserer Befragung, dass die Studierenden und Lehrenden das universitäre Leben am Campus vermissen. Hier haben wir auch die deutlichsten Zustimmungen überhaupt in dieser Befragung gehalten. Also neben stimmen 92 Prozent der Lehrenden und auch 85 Prozent der Studierenden zu. Aber bevor wir jetzt noch weiter ins Detail gehen zur virtuellen Lehre und die positiven und kritischen Rückmeldungen hierzu, möchten wir Sie gerne einladen dazu. Was glauben Sie, was lief gut in der virtuellen Lehre und was lief schlecht? Wir haben dazu auch eine Mentimeter-Frage erstellt, die wir Sie bitten zu beantworten. Es geht darum, dass Sie einfach spontan einschätzen, was bewertet wohl die Mehrheit der Studierenden und Lehrenden eher positiv und was sieht die Mehrheit eher kritisch. Wir würden Sie bitten, hierzu kurz in einem neuen Tab die Mentimeter-Frage zu öffnen. Und zwar gehen Sie auf www.menti.com und geben den Zugangscode ein, der jetzt hier auch auf dieser Folie, die neu geteilt wurde, dargestellt ist, ganz oben rechts. Der Link ist aber auch gleichzeitig im Chat gepostet worden, sodass Sie hierüber direkt darauf zugreifen können. Nehmen Sie sich einfach kurz und entscheiden spontan, was glauben Sie, wurde eher kritisch oder positiv gesehen. Ah, wir sehen, hier kommen schon die ersten Ergebnisse. Sehr schön. Es springt hin und her. Und dann möchte ich gerne auch an Jana Nehmeyer direkt übergeben. Ja, vielen Dank, Lena. Ja, eigene technische Ausstattung. Da sehen wir jetzt, wir haben immer S und L dahinter geschrieben. Also S und L bedeutet, das betrifft Lehrende und Studierende. Und S hat nur die Studierenden, das heißt die Erreichbarkeit von Lehrenden. Der Lehrende ist ja klar, dass das sich auf die Studierenden bezieht. Ob das eher kritisch gesehen wurde oder eher positiv. Das so ein bisschen als Hilfe haben wir das noch hinzugenommen. Ja, jetzt warten wir so ein bisschen ab. Der Zähler geht die ganze Zeit hoch. 26 Rückmeldungen. Sehr schön. Und dann schauen wir mal. Wie so die, wo es sich so einpendelt am Ende. Ich habe gerade eine Rückmeldung, dass Menschen nicht lebt. Vielleicht gibt es da noch mal einen Tipp. Vielleicht einfach noch mal refreshen. Über den Eingangscode sollte es auf jeden Fall funktionieren. www.menti.com Und dann den Eingangscode, der hier auf der Polie oben steht. 1, 2, 0, 8, 10, 4, 9, ohne Leerzeichen. Ja, wir sehen jetzt schon so ein bisschen Tendenzen. Wir haben jetzt nichts, was ganz positiv ist. Also es ist auf jeden Fall viel in der Mitte. Das heißt, eigene technische Ausstattung ist bei 0,6. Erreichbarkeit der Lehrenden, gerade genau in der Mitte auf den Polen. Dann eigene digitale Kompetenz, auch ein bisschen positiver bei 0,6. Unterstützungsangebote bei 0,4. Flexibilität virtueller Tools, wie das gesehen wird von Lehrenden und Studierenden bei 0,6. Und ja, die beiden mit am negativsten Punkte sind aktive Beteiligung und Zugehörigkeitsgefühl in Lehrveranstaltungen. Dann würde ich da jetzt an der Stelle einmal schließen. Es haben jetzt auch sich fast 50 Personen beteiligt. Das ist sehr viel. Vielen Dank. Und hör auf mit dem Teilen und mach weiter in dem Vortrag. Und uns geht es jetzt darum, Ihnen die positiven und die kritischen Rückmeldungen einmal vorzustellen und auch das so ein bisschen abzugleichen mit Ihren Einschätzungen an der Stelle. Das heißt, wir haben jetzt, ich klicke mal auf die richtige Folie. Bei mir lädt das nämlich immer so ein bisschen. So, jetzt geht es aber. Genau, also wir haben ja eben gesehen, dass 0,6, also sie ein bisschen unentschieden waren, was die technische Ausstattung angeht, ob das positiv oder negativ eingeschätzt wurde oder kritisch eingeschätzt wurde von unseren beiden Gruppen. Und das Positive ist, die Mehrheit oder die deutliche Mehrheit der beiden Gruppen bewerten die eigene technische Ausstattung als mindestens ausreichend. Um an der Lehrveranstaltung teilzunehmen, beziehungsweise diese durchzuführen. Also bei den Lehrenden sind es 77 Prozent und bei den Studierenden 85 Prozent. Darüber hinaus sind auch die eingesetzten virtuellen Tools sehr positiv oder werden sehr positiv bewertet. Eingesetzte virtuelle Tools waren in dem Fall vor allem das Lernmanagement-System oder die Lernmanagement-Systeme. Das ist an der Goethe-Universität einmal OLAT, aber auch Moodle ist im Einsatz. Und auch Zoom, was für die Lehre eingesetzt wurde. Und da explizit hinsichtlich der Einfachheit, Flexibilität und auch der Unterstützung der Effektivität beim Lehren und Lernen. Ein weiterer positiver Aspekt. Bei mir lädt jetzt die Folie nicht neu. Aber Sie sehen die Folie. Okay, Sie sehen die Folie. Sehr gut. Was auch sehr positiv ist, dass Lehrende sehr großes Interesse haben an der Gestaltung virtueller Lehre und die Auseinandersetzung hiermit schätzen. Das heißt, wir haben 85 Prozent Zustimmung bei dem Interesse und auch, dass Sie die Auseinandersetzung damit schätzen. Das finden wir auch sehr schön, dass die Lehrenden das auch als positiv wahrgenommen haben, sich mit den Herausforderungen auch diese anzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Ein weiterer Aspekt ist natürlich auch Kontakt und Kommunikation. Wie ist die so geglückt im Sommersemester 2020? Und da ist gerade der Kontakt von Lehrenden zu Studierenden, hat da nicht gelitten an der Stelle. Also die Studierenden sagen zu 74 Prozent, dass ihre Lehrenden gut erreichen konnten und auch Rückfragen stellen konnten. Ja, und ein noch wichtiges Thema, was auch sehr schön, sehr positiv ist natürlich, was wir uns auch gewünscht haben, dass der Zuwachs der digitalen Kompetenz, dass sie da auch sehr stark zustimmen oder sie zumindest sagen, dass sie das sehr deutlich oder eher deutlich deutlich entwickeln, weiterentwickeln konnten. Das ist bei den Studierenden bei 69 Prozent der Fall und bei den Lehrenden bei 81 Prozent. Das heißt, das ist auch sehr positiv an der Stelle. Bei den Studierenden vielleicht noch mal als Randnotiz ist es zudem so, dass die Studierenden bei der Selbsteinschätzung, was ihr eigenständiges, selbstständiges Arbeiten angeht, den höchsten Wert hatten. Also ich glaube, da haben auch einige was dazugelernt in diesem Semester, aber das nur am Rande. Und wir haben natürlich nicht nur Zustimmung abgefragt, sondern natürlich auch Bedarfe. Und da kam auch raus, dass die Lehrenden eigentlich mit der Unterstützung, die es seitens der Universität gibt, schon sehr zufrieden sind, aber die folgenden Themen auch weitere Schulungsbedarfe beinhalten. Das heißt, wir haben jetzt ein paar rausgepickt, die die höchsten Zustimmungen hatten. Es gibt noch mehr, aber vor allem rechtliche Aspekte virtueller Lehre sind ein Thema. Das sagen 63 Prozent. 63 Prozent sagen auch digitales Prüfen ist ihnen wichtig. Da hätten sie gerne mehr Informationen dazu und elektronische Literaturversorgung sollte auch weiterhin noch ausgebaut werden. Da stimmen 70 Prozent zu. Und auch das LMS, also die Lernmanagementsysteme, effektiv zu nutzen. Auch das wünschen sie sich, dass da noch mehr Informationen zukommen. Was auch spannend war, dass fast 50 Prozent auch intelligente Lernassistenzsysteme sich wünschen, die sie unterstützen in der Lehre. Und dann gebe ich jetzt an meine Kollegin Susanne weiter, die die kritischen Punkte vortragen wird. Ja, vielen Dank, liebe Jana. Vielen Dank, liebe Lena. Wir freuen uns natürlich, dass wir so viele positive Rückmeldungen zum Sommersemester erhalten haben. Natürlich haben wir aber auch kritische Rückmeldungen erhalten. Wir haben ja schon gehört, dass Studierende und Lernende das Campusleben vermissen. Aber das bedeutet auch, dass sie ganz konkret im Studium beim Lernen den persönlichen Kontakt vermissen. Also wir haben herausgefunden, dass über die Hälfte der Studierenden keinen guten Kontakt zur Kommilitonin während des Semesters hatten. Also zum Beispiel in Lerngruppen oder in Chats. Und jede zweite Studierende, jeder zweite Studierende beim Besuch virtueller Lehrveranstaltungen nicht das Gefühl hatte, dazu zu gehören. Und da lagen Sie in Ihrer Mentimeter-Abstimmung ganz richtig. Bei mir hängt jetzt die Slide. Sehen Sie die nächste? Ja? Okay, dann mache ich weiter. Ein ganz klares Ergebnis, das werden Sie alle selber schon erfahren haben und mitbekommen haben. Die Beteiligung an Lehrveranstaltungen ist ganz klar schlechter ausgefallen. Das haben wir sowohl Lernende als auch Studierende gefragt. Und also über zwei Drittel der Lernende sagen, dass sich die Studierenden weniger aktiv beteiligt haben. Und auch die Studierenden selber sagen, 57 Prozent, ich habe mich weniger aktiv beteiligt. Und wir haben in einer offenen Frage gefragt, warum das denn der Fall ist. Und ganz typische Antworten sind, dass man halt in einen unbekannten digitalen Raum reinspricht. Vor allem, weil meistens die Kameras zu sind. Dass die Hemmschwelle da höher ist. Dass man Angst hat, irgendjemandem ins Wort zu fallen, der sich auch gerade meldet. Oder dass man eine schlechte Internetverbindung hatte. Und natürlich denkt das genau zu dem Zeitpunkt, das Internet schlecht war, als der Aspekt gesprochen wurde, den man jetzt selber gerne besprochen hätte. Das sind die genannten Probleme. So, der nächste Punkt sind die Lernorte. Da haben wir eigentlich positive Nachrichten. Also die weit überwiegende Mehrheit hat einen Ort, wo er oder sie ungestört virtuelle Lehrangebote nutzen kann. Das bedeutet aber auch, dass 28 Prozent das nicht haben. Und wenn man sich überlegt, dass virtuelle Lehrangebote generell, also dass die Konzentration da generell ein bisschen schwieriger ist, ist das eigentlich für diejenigen einfach sehr schlecht. Da gibt es natürlich noch Entwicklungspotenzial, das wir da haben. Dann haben wir auch gefragt, ob die Studierenden sinnvolle Hilfsangebote hatten, wenn sie Schwierigkeiten hatten. Und da haben auch die Hälfte der Studierenden gesagt, nein, das hatten wir nicht. Also das trifft nicht zu. In einer offenen Frage haben wir da auch gefragt, was wären denn jetzt so Hilfsangebote, die sie brauchen könnten im nächsten Semester oder bezüglich der virtuellen Lehre. Und typische Antworten hier waren einfach Einführungskurse in die digitale Lehre oder systematische Schulungen in die Online, in alle gängigen Online-Programme oder auch regelmäßige feste Sprechstunden, Online-Sprechstunden, vielleicht auch Live-Chats. Also generell wünscht man sich so einen IT-Support. Das ist natürlich eine Frage des Personals. Das Problem werden wir alle haben, aber das würden sich die Studierenden wünschen. Wir sind ja auch schon am Ende und ich würde gerne unsere Ergebnisse nochmal zusammenfassen. Die Dinge, die wir positiv sozusagen rückmelden können von unserer Evaluation, ist, dass die Studierenden und Lernenden ihre technische Ausstattung als gut empfinden, dass die virtuellen Tools als flexibel empfunden werden, dass die Lernenden richtig Lust haben, also zumindest die Mehrheit, virtuelle Lehre zu gestalten, dass die digitale Kompetenz seitens Studierende und Lernende natürlich zugenommen hat und dass die Lernenden überwiegend zufrieden sind mit den Unterstützungsangeboten, die ihnen geboten wurden. Das größte Potenzial für Weiterentwicklung, was wir sehen, ist, den Austausch unter Kommilitoninnen zu fördern. Also auch dort haben wir nochmal Studierende gefragt, wie könnten wir das machen? Und dann kamen Vorschläge wie ein virtuelles Studierendencafé einrichten, also einfach virtuelle Räume, wo sich die Studierenden treffen können und wo sie zusammenarbeiten können. Und das ist natürlich so, es gibt sicherlich sehr viele Lehrenden und sehr viele Lehrveranstaltungen, wo das gemacht wird. Aber aus unserem Ergebnis sehen wir auch, es gibt sehr viele, die das nicht machen, auch gerade in Fachbereichen oder Lehrveranstaltungsformen, wo das nötig wäre, wie zum Beispiel Seminare. Dann muss man die Beteiligung an Lehrveranstaltungen steigern. Das ist natürlich, geht das sowohl aufs Konto der Studierenden, die sich einfach auch mehr beteiligen sollten, aber auch auf die To-Do-Liste von Lernenden, dass man da vielleicht andere Aktivierungsmethoden ausprobiert, wie direkte Ansprache oder sowas, dass das hier besser funktioniert. Dann ist natürlich die Schaffung von mehr Lernorten ein Thema und der Ausbau von Unterstützungsangeboten für Studierende. Gut, dann würden wir jetzt gerne in die Diskussion übergehen. Uns würde interessieren, ob Sie vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder auch Studien, wo ähnliche Ergebnisse rauskommen oder auch andere Ergebnisse. Oder vielleicht nochmal können wir darüber reden, welche Ergebnisse Sie besonders überrascht haben oder ob Sie das alles jetzt bestätigen können. Und vielleicht können wir gemeinsam diskutieren, wie wir jetzt das nächste Semester besser gestalten können. Vielen Dank. Danke euch. Ich würde dann einfach direkt mal einsteigen mit den ersten Fragen, die während des Vortrags gerade in Bezug auf die Umfrage selbst beziehungsweise des Studiendesigns eingegangen sind. Karl-Heinz Stammen hat gefragt, in Bezug auf die Belastung, die ganz am Anfang, wo ihr gesagt habt, dass die sich erhöht hat, in Bezug auf was? Geht es da um den Workload oder wie wurde das abgefragt? Es wurde sehr allgemein abgefragt, im Sinne von inwiefern waren Studierende belastet da in diesem Semester. Also es war wirklich eher eine globale Frage, dann einzusteigen. Okay, super. Dann die digitale Kompetenz. Hier gab es eine Rückfrage von Kerstin Kaiser und Moritz Brückner. Wie wurde das definiert? Oder welches Konstrukt war da sozusagen leitend für die digitale Kompetenz? Ja, also digitale Kompetenz haben wir bei den Lehrenden auch in einer größeren Item-Batterie abgefragt. Da waren vor allem auch die Kolleginnen und Kollegen von Studium Thale beteiligt, die auch, also Michael Eichhorn ist da zu nennen, der ja digitale Kompetenz, die digitale Kompetenz auch forscht und publiziert, um halt verschiedene Ebenen zur digitalen Kompetenz noch abzufragen. Bei der Slide, die wir gesehen haben, war vor allem das Item, wie Sie grundsätzlich Ihre digitale Kompetenz einschätzen. Bei den Lehrenden war das sozusagen das Item oder Ihre Steigerung bei der digitalen Kompetenz, wie Sie die ansehen. Zu dem Punkt und bei den Studierenden war das sozusagen eins aus vielen, wo wir sozusagen verschiedene Aspekte der Steigerung von Kompetenzen in diesem Semester noch mal abgefragt haben. Also es war so ein bisschen sozusagen noch ein, bei den Studierenden sozusagen ein Mini-Aspekt aus vielen. Ich hatte ja auch erwähnt, dieses Thema, ja, dass Sie sozusagen Selbstständigkeit, so selbst bei der Selbstständigkeit stark dazugelernt haben in dem Semester. Und genau, bei den Lehrenden war das sozusagen noch mal ein bisschen ausschweifender, noch ein bisschen größer in dem Konstrukt. Genau, es ist aber auch zu erwarten, dass es noch weitere Auswertungen dazu geben kann, eben, weil das auch noch differenzierter abgefragt wurde, was wir hier jetzt nur noch nicht abgearbeitet haben. Super. Dann zum Thema digitales Prüfen wurde ja auch abgefragt, wie gut hat das geklappt? Da war die Frage, wie digitales Prüfen in der Umfrage definiert wurde als Online-Prüfen, also Distanzprüfen oder digitale Prüfungen vor Ort? Also das ist vielleicht, wenn ich gerade darauf antworten kann, wir haben ja eine erste Befragung jetzt gemacht, wo es um Lehre und Studium ging und wir machen noch eine zweite Befragung, die ja jetzt ab Ende Oktober startet, wo wir einen Schwerpunkt auf Prüfung setzen, weil wir gesagt haben, wir müssen sozusagen noch mal die Prüfungsphase mitnehmen. Wir können nicht so früh im Semester zu den Prüfungen fragen. Das funktioniert quasi noch nicht. Das heißt, digitales Prüfen haben wir tatsächlich abgefragt in Bezug, was sich die Lehrenden wünschen, welchen Bedarf sie haben in der Unterstützung bisher. Das heißt, das wird dann bei einer der folgenden Tagungen. Wunderbar. Kerstin Kaiser hat dann auch noch die interessante Frage gestellt, ob es jetzt auch Vergleichsstudien gibt zur Präsenzlehre, weil es wäre natürlich schön, diese Erkenntnisse jetzt nebeneinander zu legen. Habt ihr da Material? Wir haben einzelne Items, die wir wirklich auch vergleichen können, weil wir ja auch univite Studierendenbefragung zum Beispiel machen. Aber niemand hat damit gerechnet, dass man sowas irgendwann mal brauchen würde. Daher ist es natürlich punktuell, werden wir das tun, soweit wir es können. Aber dazu möchte ich auch gerne sagen, dass natürlich die Items, die wir gestellt haben, sind darauf abgezielt, dass man sie eigentlich nicht vergleichen müsste, also dass sie konkret auf die virtuelle Lehre abzielen. Und natürlich sind es immer subjektive Einschätzungen, die Studierenden von sich geben. Also da gibt es immer eine Fehlerquelle, aber es ist schon so gemacht, dass es eigentlich in sich gilt. Steffen Keimberg hat dann gefragt, welche Änderungen im Bezug eben auf die kritische Wahrnehmung von Studierenden geplant sind. Also werden die Ergebnisse jetzt direkt in neue Angebote oder veränderte der Lehr-Settings auch überführt? Die Ergebnisse werden wir einspeisen in einen Kommunikationsprozess hier natürlich an unserer Uni. Und darüber wird sich dann entwickeln, welche Weiterentwicklung dann wirklich umgesetzt werden können und werden. Also aber das ganz große Ziel ist natürlich, mit diesen Ergebnissen weiterzuarbeiten, die wir hier heute schon mal dargestellt haben. Danke. Armin Engtenmeyer hat dann gefragt, ob es eben einen Unterschied gibt, also wie das Verhältnis zwischen höheren und niedrigeren Semestern, ob es da nochmal eine differenzierte Auswertung gab? Tatsächlich ist es repräsentativ und wenn wir bei dem Fachsemester ins erste Semester gucken, ist das so hoch wie auch, also prozentual wie auch aktuell an der Universität. Und hinsichtlich vielleicht der Frage Kontakt haben wir uns angeschaut, das unterschied sich natürlich schon nochmal ein bisschen für Erstsemester, aber es war auch in allen anderen Semestern, ja, wurde das negativ bewertet, der Kontakt zwischen Studierenden, beziehungsweise das, der gelitten hat, einfach in dem Sommersemester. Katharina Thiel hat die interessante Frage gestellt, ob es denn einen Zusammenhang gibt zwischen Einbindung, Interaktion von Studierenden und Prüfungsergebnissen. Ich nehme an, ihr habt die Prüfungsergebnisse nicht mit ausgewertet. Nee. Das denken Studierende gerne, dass wir das machen, aber das machen wir nicht. Also kann kein Zusammenhang hergestellt haben. Andrea Ruf wollte nur feststellen, dass die Ergebnisse eben auch zu einer Befragung an der Uni Vechta passen. Gleiche Punkte vielleicht hier, ganz gute Verknüpfung auch für nach dem Vortrag. Moritz Brückner. Okay, gibt es nochmal konkrete Fragen? Also wurde bei der Studierendenbefragung thematisiert, ob die Lehre auf Distanz für spezifische Studierendengruppen, die jedenfalls eine Herausforderung bedeutet, also aufgrund von Fürsorgeaufgaben finanzieller Mitteln. Wurde da nochmal geguckt? Soweit haben wir es noch nicht ausgewertet. Aber genau, wir haben es auch abgefragt. Also wir haben auch abgefragt, die verschiedenen Gruppen, ob jemand, genau, Familie, Pflege, genau, Aufgaben hat sozusagen an der Stelle, auch wie viel gearbeitet wird. Also ob sozusagen Nebentätigkeiten da sind neben dem Studium. Genau, und das werden wir uns dann im Weiteren nochmal genauer anschauen. Wir haben aber auch Hinweise schon, dass virtuelle Lehre auch Erleichterung natürlich an der Stelle bedeutet, weil Fahrtwege wegfallen und etc. Also das ist auch was, was man sehen kann in den Daten schon. Genau, und sehen kann man durchaus auch, dass es Uneinigkeit gibt, hinsichtlich, ob die virtuelle Lehre die eigene Studiensituation verbesserte. Also das ist wirklich dann so halb-halb aufgeteilt. Es gibt welche, die dem zustimmen und welche, die dem widersprechen. Genau, vielleicht passt da ganz gut noch der Punkt von Andrea Ruf von der Uni Fechter dazu, dass es eben dort zum Ergebnis kam, dass Prüfungsgeber gleich gut oder eher besser waren. Abschlussarbeiten hingegen eher schlechter. Genau, Daten dazu gibt es nicht. Anmerkungen. Gibt es signifikante Unterschiede zwischen den Fachrichtungen, war da noch die Frage von Ulrike Höppner. Wir konnten sie bisher noch nicht feststellen, weil wir auch noch nicht so tief auswerten konnten. Genau, das ist sozusagen jetzt die erste Analyse, die wir machen konnten. Wir haben die Umfrage jetzt Mitte September geschlossen und seitdem haben wir sozusagen das vorbereitet. Jetzt im Oktober, Ende September, Oktober. Dann die Rückfrage, gab es denn bei Ihnen signifikante Unterschiede zwischen den Fachbereichen an der Hochschule Fechter? Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Frage jetzt von der Hochschule Fechter kam, sondern von Frau Höppner konnte die Uni Fechter aber nicht feststellen. Genau. Ach, das ist ja ein Problem, Ursula. Herr Freiburg. Vielen Dank.